Hallöchen ihr, der Nalef hier und willkommen zurück bei 7 Days to Die hier auf dem Server, der jetzt auch mal, ja, der wieder läuft. So, mal kurz für 10 Minuten abgeschmiert, weil das Abo war ausgelaufen. Ähm, ich glaube, das hatte damit zu tun, dass das vorher noch mein Minecraft-Server war, der dann aber gekündigt worden ist. Das habe ich dann irgendwann, ich weiß, letzten Monat gemacht, habe den dann zu einem 7 Days-Server umgewandelt, vergessen aber wieder das Bezahlmodell anzuschmeißen. So eine Scheiße. Jetzt aber sind wir wieder am Start, es läuft, alles noch da und, ähm, ja, wir machen weiter, wie gesagt, auf dem Server und es hat sich seit dem letzten Mal ein bisschen was getan. Wir sind mittlerweile bei Tag 13, es ist 1 Uhr mittags und ich habe meine Basis gebaut. Dies sieht momentan so aus. Das ist sie bis jetzt. Ähm, schön verdeckt hier von ein paar Bäumen. Auf den Bergen haben wir ja letzten, ja, am Freitag angefangen, das zu bauen. Und, ähm, ja, habe schon mal die Grundstruktur mir quasi hierhin gezimmert und, äh, ja, es hat sehr, sehr lange gedauert, ne? Ich habe das hier auf den Berg geklatscht und der ganzen Bums habe ich hier mit Säulen gestützt, die ich schon verstärkt habe. Ähm, das ganze Ding hat insgesamt so Bereiche, so einzelne Säulen, die in der Mitte beginnen. Von 1 bis 5 nach rechts und in die andere Richtung sind das jeweils, ich glaube, 7 Felder Abstand bis zur nächsten Säule. 1, 2, 3, 4, 5, genau, 6 und dann der siebte ist wieder was. Das heißt, wir haben das auch noch vorne richtig schön quadratisch hier überall hingeschustert, sodass wir da jede Menge Platz haben, um hier unseren Werkbereich hinzubauen. Hier vielleicht so einen kleinen Wohnbereich. Hier hätte ich gerne das Lager und hier drüben eventuell Beete oder sowas. So, das Ganze ist natürlich auf diesem kleinen Berg. Wie komme ich da jetzt rauf und vor allem runter? Hier drüber, wie es scheint, erstmal nicht. Ich habe das Ganze auch noch mit einer kleinen, in Anführungszeichen, Rampe gebastelt, die dann hier entsprechend runterführt. Die ist sieben Blöcke breit, sodass Börter auch problemlos hier hoch und runter fahren kann. Und hier durch eine kleine, schöne Allee, die Bäume sind mittlerweile gewachsen, das freut mich sehr, geht es dann entsprechend runter auf die Hauptstraße. Das ist erstmal so das Grundprinzip dieser Basis. Hier soll noch alles vollgebaut werden mit Bäumen. Also das Ganze soll wirklich schön dicht besiedelt hier mit Bäumen zugepflastert werden, dass das so ein kleines, so ein kleines Waldteil ist, wo dann entsprechend die Basis drin ist. So. Und ich habe, wie gesagt, jetzt das Wochenende genutzt, Samstag und Sonntag. Ähm, und habe wirklich Bäume gehackt, habe Blöcke hergestellt und habe das dann wirklich stundenlanger, kleinstarbeit, hier hingeschustert. Dann kannst du hier hochfahren. Tralala, tralali. Einmal in die Ecke. Und dann bist du hier oben. Genau. Wenn dann irgendwann der Skill soweit ist, kann man hingehen und kann hier das 5x3er elektrische Tor hinbauen, sodass man dann hier rein noch so eine kleine Tunneleinfahrt hat. Und das wird dann sowohl der ein- als auch der Ausgang. Das habe ich also auf einem anderen Spielstand schon getestet. Und, ähm, vollautomatisiert natürlich. Und, ja. Jetzt würde ich natürlich ganz gerne hier dieses Lager, was ich hier schon mal angefangen habe, ähm, natürlich auch bauen. Ich habe mir schon mal 900 Blöcke gebastelt. Und, ähm, hier in der Mitte, das ist der Baum, das ist die Mitte von diesem ganzen Ding. Und da hätte ich ganz gerne auch irgendwie so Süden, Westen, Osten, vielleicht noch so einen Kompass reingebaut. Mit einem Kreis irgendwie, I don't know, wird noch, äh, wird es noch zeigen, wie. Und, ähm, ja. Muss den ganzen Scheiß natürlich auch noch aufwerten. Es wird tonnenweise Materialien kosten. Das werde ich aber soweit, ähm, außerhalb des Streams machen. Und, ähm, habe hier unten schon mal die Säulen zum größten Teil verstärkt. Mit Holz erst mal. Ähm, dass wenn die Zombies irgendwie gegenballern, dass der ganze Scheiß nicht in sich zusammenstürzt, wenn die da was weghauen. Aber ansonsten ist es von der Stabilität her so gebaut, dass sollte eine Säule wegfallen, da sollte nichts passieren. Und, ähm, hat hier so eine schöne kleine Aussicht. Ja. Vielleicht müsste man hier noch ein bisschen mehr Lücke reinschlagen, dass man dann hier einen Blick auf die Stadt hat. Dass man überlegt, okay, vielleicht die Bäume und hier vorne die weg. Sodass man dann hier einen kleinen Blick auf die Stadt hat. Das soll der Plan. Und die Alerts muss ich nach wie vor noch einfügen. Danke dir three times für dein Prime-Abo. Schon im siebten Monat. Dankeschön. Freue ich mich. So, ihr Lieben. Lager. Das ist es. Ich würde es gerne bauen. Ich würde es gerne wieder groß bauen. Ähm, ich habe mir erst überlegt, ob es irgendwie vielleicht sinnvoll wäre ähm, für jedes Ding hier, also für Öl, für Schraubenfeder, für Eisenrohr, für Nägel, für Scheinwerfer, ob man dafür jeweils eine separate Kiste macht. Fände ich aber ein bisschen too much. Deswegen würde ich gucken, dass ich das irgendwie auf Nahrung eingrenze, Crafting irgendwie noch mal eingrenze in Sachen elektrische Teile, mechanische Teile, Scheinwerfer irgendwie zusammen, dass man sagen kann, so Stofffetzen, Leder irgendwie zusammen, Federn und Knochen irgendwie in einem rein. Ich würde Federn auch noch sammeln, da ich noch nicht am überlegen bin, ob ich nicht vielleicht doch noch auf, ähm, auf Bogen gehe. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall mehrere Kisten hier für dieses ganze Rohmaterial, was noch rumliegt. Das ist so erst mal der Plan. Elektronik so ein Ding für Motoren, Batterien primär. Ähm, Muni-Kisten auf jeden Fall, die brauchen wir auch. Dann haben wir hier noch unsere Waffen- und Waffen-Mods und Waffenteile. Da bin ich überlegen, ob man das vielleicht auch noch mal in Waffenteile eingliedert. In Waffen-Mods. Und gleiches auch hier bei Rüstungsteile und Rüstungs-Mods irgendwie eine separate Kiste. Und Muni-Mads, die wir schon so hergestellt haben, aber natürlich auch die Munition an sich irgendwie alles unterbringen. Das ist jetzt so der Plan. So. Deswegen bin ich überlegen, wie ich das gerne machen müsste. Erstmal brauchen wir aber das Lager an sich. Ich hätte ganz gerne auf jeden Fall auch wieder dieses Rolltor drin. Ähm, und ich hätte hier außen gerne zaunmäßig was. Dann hätte ich ganz gerne den Zaun so breit, dass man hier noch gescheit laufen kann. Das heißt, wir müssten den Bums irgendwie ab hier anfangen, irgendwie reinzubauen. So. Denn ich würde ganz gerne auf jeden Fall hier noch außen rumgehen, dass man da gucken kann. Ähm, dass es nicht so ganz am Rand ist. Das ist ja ein bisschen doof aus. Und, ähm, eventuell habe ich überlegt auch noch so einen kleinen Turm vielleicht hinzubauen. Das heißt, wenn wir das machen wollen, müssten wir gucken, dass wir das dann zwei, also eins, zwei, drei, vier, vielleicht erst ab hier anfangen. Vielleicht aber erst ab da, dass wir dann hier noch so einen Turm hinbauen. oder dass das hier der Turmbereich wird. Ich meine, Fläche habe ich ja in Massen, ne? Dann könnten wir überlegen, wir lassen hier zwei frei und wir lassen hier zwei frei, dass man da noch den Turm raufklettern kann. Und können dann hier ein, drei, vier, fünf, sechs, sieben anfangen, das zu bauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, fünf, zwölf. Dann wären das eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Felder für Kisten, die man dann zwei, drei hochstapeln kann. Das heißt, wir hätten hier in dem Bereich das Lager. Wir müssen allerdings die Straße hier so breit lassen, dass wir hier den Turn, also die Kurve mit Börter noch fahren können. Das fände ich hier fast ein bisschen zu eng. Lass uns mal sagen, wir nehmen hier das weg, haben dann hier, wenn die Tür ist, eins, zwei, drei, vier Felder Platz. Machen hier dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich will das große Tor drin haben. Der ist einer, das heißt, ich müsste das im Prinzip noch eins weiter hier ausbauen. sodass wir dann eventuell eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, das symmetrisch haben. Machen wir das so, das wird unser Lagerbereich. Eine umlaufende Veranda, genau. Und hier hätten wir dann den Turm, den ersten. Hier hinten weiß ich jetzt nicht, was wir dann mit diesem fehlenden Platz machen. Oder wir sagen, wir haben hier den Turm und ziehen das Lager entsprechend dann, wenn wir hier zwei freilassen, beginnen wir hier mit dem Lager. Das könnten wir auch machen. Das Ding war jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke nach vorne. Drei, vier, fünf, sechs. Sie sagen, wir probieren das mal hier. Dann hätten wir auf jeden Fall den Platz auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann haben wir hier zwei frei. Dann habe ich gesagt, brauchen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Kisten. und dann geht es hier wieder hin und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also noch eins. So dann, das wäre dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, breit. Okay. Und hier haben wir dann das eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebener Tor. Dann gehst du hier rein und hast hier dann die Lagerkisten. Börter hätte theoretisch gesehen im Wenderadius locker noch Platz. Wir könnten es theoretisch gesehen sogar noch zwei weiter nach vorne bauen. Wenn wir das größer, ich glaube, das würde mir besser gefallen. einfach, dass wir hier mehr Platz haben, ne? Aber hier ist Lager. Wir haben hier den ersten Turm. Den würde ich mir vielleicht sogar auf jede Seite hinstellen wollen. Wobei, hier macht ein Turm eigentlich keinerlei Sinn irgendwie. Das war, weil ich hier auch schon jetzt Zeug eingeschmolzen habe, ne? Scheiße. Das muss dann auch alles wieder raus, ne? Scheiße. Das habe ich nicht bedacht. Wie viel Leben ist das? 26.000? Oh, da müssen wir nochmal gucken. Werkbereich auf jeden Fall hier. So. Aber hier ein Türmchen noch hinten, das bringt halt nichts, weil da die Bäume sind. Aber ich würde sagen, ein Türmchen können wir schon machen. Ein Türmchen hier vorne hin, einfach nur just for fun. Wäre cool. Beziehungsweise, man könnte hier links und rechts einen Turm hin machen und hier gar nicht. Lass mir sagen, wir haben hier den Eingangsbereich, so in Turmform. Hier irgendwie mit Scheinwerfer, dort mit Scheinwerfer. Das würde mir gefallen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hier, jetzt stimmt's. Hier, jetzt stimmt's. Und dahin, dass wir dann hier die Türmchen hin machen. Und hier kann man außen rum gehen. Dann haben wir hier allerdings ein totes Eckchen. Dann könnten wir da vielleicht sagen, okay, wir machen hier die Beete rein. Oder irgendwas anderes. Aber hier hätten wir das Lager schon mal. Mit dem Turm. Man kann dann hier durchgehen. Es ist breit genug. Was hier hinkommt, weiß ich noch nicht. Müsst mal gucken. Aber ich würde sagen, hier das für Lager, das passt schon mal. Soweit gut. Okay, was für Formen können wir denn da nehmen? Damit es auch schön aussieht. Wir haben so ein Dreiviertelwürfel. So mit einem Versatz vielleicht. Gibt's das auch hier um Ecke? Diesen Dreiviertelwürfel als Ecke. Wenn nein, ist meine Idee direkt wieder hinfällig, ne? Halberwürfel innen Ecke. Wenn ich das jetzt dann hier baue, dann müsste ich da noch irgendwas hin machen, dass es ausfällt. So einen separaten Würfel oder sowas. Wenn's sowas gibt. Ein Viertelwürfel. Oh, Leck. Da war ein Viertelwürfel. Wenn wir den jetzt irgendwie gescheit drehen. Wäre das zu... Aber ich bräuchte das halt noch mit einem anderen Würfel halt, ne? Mit einem Dreiviertelwürfel. Dreiviertelwürfel Ecke. Sowas Dreiviertelwürfel wäre geil. Habt ihr das drin, Spiel? Am Ende nicht, ne? Könnt's ja mal eingeben. Dreiviertel. Haben sie denn nur das? Okay. Dann haben wir ein Viertelwürfel. Ein Viertel... Würfel. Hätten sie nur das. Aber das wäre auch zur Mauer bauen. Scheiße. Es sei denn, wir bauen das so hin. Dann sähe es ein bisschen stylischer aus. Das weiß ich halt nicht, ob mir das gefällt. Müssen wir mal bauen. Komm, stell dich hin, du Nase. da hin. Entsprechend das kopieren. Hier hin, da hin. Kopieren. Lassen wir dann sagen, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Das müssen wir drüben dann auch noch machen. Ist das richtig? Ja. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann entsprechend so, ne? So einen kleinen Versatz drin. Das Ding. Den dann hier rein. Da rein. Und der steht da schon. So. Kannst du auch hoch. Viertelwürfel. Gibt es das auch mit einem halben Würfel? So einen halben Pfosten. Lass mal sagen, wir machen das nach oben und vielleicht kleiner. Halber Würfel, aber so halber Würfel Pfosten. Zweimal, zweimal. Und irgendwie da noch so einen Pfosten reinmachen. oder generell hier mal bei den Pfosten gucken. Das wäre zu klein, ne? Das ist, das ist nicht erkennbar, ne? Lass mal gucken, wo bist du? Du scheiß Pfosten. Bis zu niedrigen erst. Wir bräuchten, wenn schon irgendwie was Größeres. So, einfach nur, einfach nur einen Pfosten. So, dreh mal komplex. Also quasi das ist dann quasi hier so diese Endstufe. Wobei ich dann nicht weiß, wie das mit dem elektrischen Tor aussieht. Das müsste man gucken. jetzt machen wir den hier und setzen dich hier hin. Da hin. Ich mach mal einfachere Rotationen. Oh, leck. Da macht das hier halt eins, zwei, drei, vier. Also manchmal, ne? Bin ich zu blöd für diese Technik? Und hier einer hin. Dann müssen wir die nehmen. Wir müssen das Ganze jetzt so, hier hin. Bam. Dann nehmen wir hier vorne die beiden. Kompieren. Dann hier hin und einer da hin. Dann brauchen wir dieses komischen Eckpfosten. Dann müsste dann einer hier hin. einer da hin. Einer da hin. Dann haben wir das. Und das jetzt quasi in der Höhe beenden. Vier. Wenn es wäre, dann eins, zwei, drei, vier. Kein Bier vor vier. Dann kopieren wir ihn hier. Machen den oben drauf. Kopieren ihn hier. Machen den da hin. So. Finde ich auch übrigens eine sehr geile Neuerung, dass du quasi Form, Kopie und Rotation übernehmen kannst. Eine sehr, sehr geile Neuerung. Also das war wirklich sinnvoll. hier das Lager. Und das hier noch. Kopieren. Drei, vier, fünf, sechs. Dann gehen wir den hier da oben drauf. Und machen das so. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Jetzt brauchen wir noch ein gescheites Dach. Dauer. Mal gucken bei den Schrägen hier, was da so gibt es. Was haben wir denn da? Irgendwas ausgefallenes. Irgendwas, wo man denkt, Mensch, ist das fancy. Soweit haben wir noch nie gesehen. Warte mal. Eine komplette Schrägenspitze. Ne. Soweit nicht. gibt es sehr viel, ne? Ja, das ist eine Dachform. Schräge, 60, Wand mit Neigung. Kann man das dann... Ich hätte es gern mal... Ich hätte es gern mal so genau. So, und jetzt machst du mal dieses andere Ding dran. Also das Teil hier. Rechts, das ist ja so ein Braun-Di hier. Ah ja, und da hinten hat das. Aber was Größeres gibt es dann da nicht, ne? Das heißt, man bräuchte dann irgend so was Geöffnetes auch noch, was weitergeht, ne? Aber das hat es, glaube ich, nicht. Schräge, 60, versetzt. Oder man nimmt halt sowas. Was man sagt, man setzt sowas dann hier drauf. Das ist quasi so übersteht, aber da müssen wir jetzt gucken, ob da irgendwas an die Ecken, ob es irgendwas Eckenmäßiges gibt. Aber das gibt es ja. Glaube ich da nicht. Ja, oder was anderes. Was Quadratisches. Gibt es da was Gescheites? Bei den Schrägen müssen wir vielleicht auch gucken. Da müsste vielleicht echt ein bisschen Rampen arbeiten, ne? Warte mal, mach mal einfache Drehungen. Ja, du hast Hunger. Ich weiß, du bist, du hast echt Hunger immer ohne Ende, ne? Warte mal, mach das mal so. Dann nimmst du hier das. Kopieren, reinsetzen. Darauf jetzt diese Schräge. So, was ist das hier? Das ist hier Rampe, komplette Ecke, oder Gebäude, Rampe, Ecke außen. Rampe schräg mit Spitze. Brauchen wir aber keine Spitze, aber das ist diese 60 Grad Geschichte, ne? Die wir auch hier schon haben. Schräge 60. das heißt, schräge 60, aber Spitz halt, ne? Schräge 60 mit Spitze, Ruhe. Ich brauche einfach nur so eine ganz normale, schräge, schräge, 60, so ganz, ohne irgendwas Spitzes oder so eine Scheiße. Ohne, dass irgendwas absteht. Das, ach, das ist das hier. Aber das ist nicht so steil. Das ist nicht so steil, du. Das hat eine Neigung. Aber es sieht halt scheiße aus mit diesem, mit diesem, mit diesem Geplömpel da außen dran. Das gefällt mir nicht. Ich hätte jetzt gerne ohne dieses Ding da dran. Ohne, dieses Gewurschle. Das muss es doch geben. Eigentlich. Aber das tut es nicht. Das ist zu flach. Das gefällt mir alles nicht, du Obermann. Warum hat das da unten so ein Nöppelchen dran? Schräge, 60, Ecke. Das heißt, wir müssten vielleicht dann doch das hier nehmen. Lass das mal probieren. Können wir dann da diese anderen 60er dran machen? Das könnten wir machen. Aber dann ist das hier so krass am Überstehen, finde ich. das sieht irgendwie nicht so pralle dann aus. Es sei denn, man geht hin und sagt, man nimmt den hier und setzt den da oben nochmal ein. Oder man sagt, scheiß drauf. Nee. so macht das so. Aber dann sieht das wiederum kacke aus. Das heißt, wir müssen im Prinzip das so machen. So machen. So machen. Dass man das dann so macht. dass man so eine kleine Einbuchtung drin hat. Okay. Lass mal, lass mal, lass mal wirken. Das sind hier gerade Überlegungen, die essentiell wichtig sind. Warte mal, das war falsch. Das müsste dann so, ne? Oder? Ja. So. Dann müsste das Ganze nochmal so hier rein. und hier vorne dann entsprechend noch mal so. Dass wir das so hätten dann. Mit der Tür drin. Und dem Dach oben drauf. Lass das mal weiterspinnen. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, hält, was es verspricht. Dann machen wir hier die Ecke. Ja, genau. Die müssen dann einmal gedreht werden. Genau, dann so. Und dann nehmen wir hier das und das da dran. Das da. Nicht, nein, du so. Oh, ich hasse den mal. Fettfingern, ich hasse das. Das ist so ein Jauch manchmal. Ah! So, jetzt dreht den Bums einmal. Danke. Und da rein. Nochmal drehen. Hier rein. Und dann den kopieren, drehen und hier rein. So, und jetzt dann beim Bau nicht runterfallen. Das ist ganz wichtig. Dass wir nicht die Beine brechen. Hier muss noch der hin. Und der da oben. Dann brauchen wir noch so eine Ecke. Und die da hin. Und ihn wieder nehmen. Und dann end hier so dran. Okay, dann brauchen wir die noch. Wir müssen dann hier diese kümmerlichen Dinger, oder was kannst du denn hier kopieren eigentlich? da so rein. Da so rein. Und da so rein. Der kommt weg. Und da wäre das quasi das Lager. hier oben wäre dann die Decke. Das heißt, da können wir dann diese normalen Klötze nehmen. Ähm, einfach ganz entspannt. Oder wir sagen, ich will aber auch Lampen hinhaben. Das heißt, wir brauchen dann schon diese. Oh Gott, Alter, hast du mich erschrocken. Hi. Boah, mach doch sowas nicht immer. Hi. Die Nachbarn. Schön, dass du hier bist. So. Ich rechne doch nie mit sowas. Erstmal was fressen. Genau. Das Tor kann ich eigentlich schon bauen. Rolltür 7x4. Oh, das geht's. Komm, lass bauen. Ist zwar nicht elektrisch, aber das ist doch in Ordnung. Also, ähm, ich brauche erstmal hier Barne. Zehn Stück. Dann brauche ich von den Geschichten hier zehn Stück und von denen hier auch nochmal zehn Stück. So. Am Anfang wollte ich eigentlich so aussehen wie bei den Ludolfs, aber das, äh, kann man, glaube ich, nicht umsetzen. So, Rolltür 7x4. Minute 52 gönnen wir. Das heißt, wir klatschen so lang die Decke dran. So, 20 Uhr, das heißt, wir können gleich noch eine Nacht-und-Nebel-Quest annehmen. Erstmal bauen wir das hier fertig. Dach muss ich mal gucken, wobei es ist eigentlich ein Lager, brauche ich wirklich ein Dach. Also eine Lagerhalle, das würde ich nicht machen wollen. So, so, wunderbar. 1a. 1a. Okay. Ähm, macht das Sinn, hier vielleicht Fenster reinzubauen? Ich hätte gerne nur an dieser Wand hier die ganzen Kisten. Vielleicht hier unten noch ein paar? Weiß ich nicht. Oder wir sagen, wir klatschen hier noch eine Säule hin. Das heißt, wir hätten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Echt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mal 1, 2, 3, 4. 9, 9 mal 4, eine Menge an Kisten. Das wären 36 Kisten. Das sollte eigentlich reichen, ne? Dass man sagen kann, wir machen jetzt hier dann doch erstmal vielleicht so ein kleines Fetzchen rein. Fenster. Das muss man sagen, vielleicht aber den natürlich auch hier nach innen guckend. Und wir machen die Geschichte mit dem Rahmen. Einfache Rotation, bitte. Einmal. Okay, doch bessere Rotation. Oh, leck. Kopieren. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und oben und unten dann noch diesen anderen Rahmen. So, warte mal. Das wird erstmal favorisiert und dann brauchen wir noch diesen Rahmen für oben und unten den da. Ist die jetzt drin? Ja, ne? Ist drin. Die ist drin. Das heißt, woran die Scheiße ist nur vor unten? Das heißt, wir haben hier ein Fensterchen. Ich finde, das ist eine schöne Idee. Das gefällt mir. Das mache ich so. So, dann machen wir wieder kopieren. wäre ich hier oben. Kopieren. Unten. Kopieren. Hier oben. Ich habe es gleich. Ich bin gleich fertig. Alles cool. Hier hinten. Dann das Ding. Oder ich warte das von außen, weil das ist für mich einfach zu erkennen. In dem Fall. Einmal so. Einmal so. Ich glaube, das gefällt mir so. Das ist Lager. Das Binding-Lager. Hör mal. Dann kommen da die Kisten rein. So, das müsste jetzt eigentlich schon das Tor fertig sein. Yes. Oh, wie schön. Wie toll. Wie super. So. Dann. Genau, war das. So. Jetzt haben wir hier allerdings diese Lücke. Das heißt, wenn du Stumpi einmal drückst, kann der da durch. Das heißt, wir müssen im Prinzip den hier einmal kopieren und durch den ersetzen und durch den ersetzen. irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie sieht es so unnatürlich, so unnatürlich, so nicht symmetrisch aus, habe ich das Gefühl. Irgendwas stimmt da nicht. Aber innen drin ist es passt. Es ist ja so. Oder wir sagen, komm, scheiß drauf, wir machen das alles mit diesen Blöcken. dann habe ich da auch nicht so ein Wong-Feeling irgendwie, dass da was nicht stimmt. Ja, komm, lass mal machen, das gefällt mir besser. Das sieht irgendwie, es sieht nicht richtig aus. Das hier, da rein, da rein, da rein, und dann machen wir das. So. Ja, doch, das ist schöner. Das gefällt mir besser. Ja, doch, das ist sehr viel schöner. Da haben wir das Lager. Das ist okay. Das ist super. Okay. Machen wir hier das Fensterchen. Ja, doch, das Lager ist fertig. Ach, ein Träumchen. Hör mal, nice. Wunderbar. Doch, das gefällt mir richtig, richtig, gut. Das ist toll. Das ist ein schönes Lager. Gut. Dann, würde ich sagen, ähm, Kisten sind im Gebietsschutzblock Radius noch drin. Ähm, kann ich die wieder aufheben? Musste ich die erstmal klein hacken, um die aufheben zu können. Ich kann die nicht wieder aufheben. Uh, okay. Ja, ist ein bisschen Verschwendung. Dann, warte mal, zerlegen wir das Ganze mal. die Baubrücke würde ich mir aufheben wollen. Kommen wir bei Werkzeuge mit rein. Passt doch. Und, dann würde ich sagen, brauche mal Kisten. Okay, die kannst du nicht abbauen. Konnte man das früher auch noch nicht abbauen? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Eigentlich wollte ich noch eine Quest annehmen, aber ist zu spät jetzt. Okay. Dann müssen wir gucken, müssen wir auf Tour gehen, ne? Müssen wir Holz hacken, Plündertour, wie auch immer. Wasser aufbereite. Ist wieder Raffel voll. Kannste dann auch schon mal wieder verkochen. So, wir können Eier mit Speck noch machen. Ich glaube, da habe ich noch genug. Eier und Speck. Das ist auch super. So, Fleisch rein, Eier rein, Rohstoffe, und dann haben wir hier die ganzen anderen Geschichten. Crafting kommt rein. Die kann man erstmal reintun. Dann würde ich sagen, ballern wir noch auf der hinteren Seite hier Bäume hin. Boah, es wird zu toll aussehen. Sind die schon ausgewachsen? Die sind schon ausgewachsen. Ja, nice. Das heißt, wir müssten im Prinzip hier unten noch Bäumchen hin, hier noch Bäumchen hin. müssen wir sagen, wir machen den hier einfach mal ein paar Bäume. will er nicht, da. Und einfach nochmal hier überall random ein paar Bäume hinpflanzen. ist quasi wie ein Kasten Kronbacher getrunken. Machst du nicht? Willst du nicht, weil? Ist nicht. Warum auch immer. Da rein rein. Dom. Dom. Bäume pflanzen. Ist für einen guten Zweck hier. Schön abgeschieden hier. Steht da war ja schon einer. Okay. Hier mal weg. Okay, nun wachset und gedeiht ihr Bäumchen. So. Alles klar. Holz habe ich das jetzt? Geht schon länger nicht mehr. Okay. Rohstoffe. Wir müssen aber Holz hacken gehen. Wir müssen dringend Holz hacken gehen. So, die Kiste. Holzaufbewahrungskiste. 27 braucht 36. 30, ne? Da habe ich noch mehr Holz. Reicht das jetzt? Ja, das reicht. Ähm, die stelle ich dann so lange an der Werkbank her. solange ich unterwegs bin, machst du das mal. 36, eine Minute 12. So. Und am Ende habe ich mich hart verrechnet. Gut. Wie schaut's aus mit Lampen? Das war Licht. Oh, wo konnte ich denn hier Industriedichter brauche ich? Noch sechs Bücher. Boah. Oh, Junge, das ist einiges. Okay. Dann. Uff. Oh, 26.000 Demoten, das ist einiges, das wieder rauszubringen. Da könnten die Werkbank abbauen. Müssen wir überlegen, wie hier war das Schmiede-Ding machen. Ich bräuchte eins für Eisen, eins für Blei und eins für Messing. Messing in Action. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das machen kann, ohne dass das hier alles kaputt geht. Das kannst du mal aufheben. Lass da mal überlegen. Schilder gibt's doch auch, ne? Hölzerne Schilder. Brauchen wir Nägel und Holz. Nägel hab ich glaube ich auch noch. Guck mal. Zehn Stück und Holz, Holz, Holz. Habe ich jetzt alles in die Kisten verheizten oder Leck. Guck mal kurz. Ich brauche mal Holz. Also, gönn dir. Dann würde ich sagen, hau mal das mal hier dran. Ob das geht? I don't know. was wir dann da schreiben. Eisen und was sind Großbuchstaben? Eisen und Stahl. Eisen und Stahl. Okay. Dann da nebendran für einen Ofen bauen. Für das andere Kruscht. Okay, jetzt legen wir aber erstmal hier alles rein. Wo? Schlange? Wehe, du kackst mir an die Blöcke, ne? Dann raste ich aus. So, also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, leck, ich hasse das. Oh, nee. Oh, Arschlochkiste. Mann. Einmal mit Profis hier. Eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eine Kiste, ne? Okay, aber dass wir da das Lager haben, müsste eigentlich reichen. Nur hast du ein Leder, ein Stoff, Pflanzenfasern, Leben. Haut die mir jetzt da an die Blöcke des Kackfirs. Oh Gott, du bist ja hier oben. Oh Gott, im Himmel. Und das auf diesem Boden, den ich noch nicht verstärkt habe. Komme hier raus. Hier. Komme hierher. Hat die da jetzt Schaden drauf gemacht? Nee, ne? Komm her. Gibt's Fleisch. Sehr schön. Hat die da jetzt dran getatscht, die Sau? Nee, ne? Okay. Oh Gott, im Himmel. Also. Ich brauche noch eine Kiste. So, das heißt, das Lager hier ist fertig. Okay. Wie ich das Ei teile? I don't know, ob wir hier unten vielleicht noch Kisten hin machen oder hier so außen rum. Weiß ich auch noch nicht. Hätten wir aber noch Platz für. Gucken wir mal. Einräumen werde ich die ganze Scheiße erst außerhalb des Streams. Das mache ich jetzt nicht hier. Das brauchen wir nicht. So, trink mal was. Ist völlig außer Out of Water. Aber so hat haben wir schon mal das Lager. Das ist gut. Dann Baublöcke. Habe ich dann natürlich eine Kiste, ich horst. So. Dann gucken wir in diesen Werkbereich. Hat schon wieder mehrere Schreierinnen auf einmal jede Nacht. Ich hatte noch gar keine einzige Schreierin irgendwie. Oh, Kranu. Schön. Ah, das ist ja toll. Ist auch da. Da freue ich mich. So, wir müssen hier wieder zwei Platz machen. Ähm, sehr schön. Abend. Ah, das ist doch toll. Endlich ist es da. Ah, das ist super. So, wir brauchen hier eins, zwei frei. Es wäre dann ein bisschen arg eng, ne? Es wäre sehr, sehr eng. Das wäre sehr, sehr eng. also, wir brauchen nochmal mehr Schilder. Ich brauche nochmal Nägel. Oh, Gott, oh nein. Zwei Stück. Müssen wir das anders machen? Ähm, Nägel. Zwei Stück. Ein Schild war das. Dann probieren wir, ob das hier dran geht. Weil dann könnte man nämlich sagen, okay, wir haben hier quasi schon diese Quatsch. Oder wir hauen es oben drüber. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Lass mal sagen. Wir machen das. Wir können das ja wieder so bauen, wie das Ding da drüben. Von dem Prinzip her. lassen wir sagen. Lass mal sagen, wir bauen das wieder hier so auf. Und dann würde da nämlich auch das Schild hinpassen. und dann da drauf. So. Dann weiß man, okay, wir haben hier drin Eisen und Stahl. Ja, doch, das passt. Dann kommt hier der zweite Ofen hin. Dann brauchen wir erstmal die Blöcke. Und dann können wir hier nochmal gucken, wie breit wir das machen. Das soll ja eigentlich schon ein recht großer Bereich sein. Lass mal sagen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Innen, das heißt, hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Wir müssen allerdings wieder aufpassen, dass wir hier mit Wörter rumkommen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Wörter muss hier noch durchpassen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Mit einer eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich hatte aber gerne acht drin. Wörter würde hier theoretisch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht bereit. Müsste ja passen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, das passt. Wörter passt dadurch, auf jeden Fall. So, dann irgendwie hier so den Rahmen drumrum ziehen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, vier, machen wir hier Doppeltür rein. Dann wäre hier quasi der Werkbereich erst mal. Mit dem ganzen anderen Gruscht. Also müssen wir das noch kopieren. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Zweimal, viermal, viermal. Bauen wir das doch gerade mal schnell hin. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünf, sechs. und hier hin. Elf. Dann brauche ich mir diese Exsäule nochmal. Einmal hier. Und noch mal keine Blöcke mehr. Essen ist fertig. So, mal die Blöcke. Aber nicht. So, der hinteren. Dann hinstellen. Nein. Oh, Mann. Aber manchmal, ne, echt so mit Fettfingern. Es ist unglaublich. Es ist aber auch schon spät, ne? Kurz nach neun. Darf man das? So, einmal. Einmal. Zweimal. Zweimal. Okay. Dann haben wir das Ding, vier Dinger hochgebaut. Also, drei, vier. Und oben drauf das Dach. Dann machen wir wieder drei, vier. Und oben drauf das Dach. Drei, vier. Und den noch. Drei, vier. Genau. Dann hätten wir hier die Schmieden. Dann da eventuell nebendran die Chemiebänke. Dann könnten wir hier drüben Zementmischer hinstellen und allen möglichen Scheiß. Und da haben wir noch Platz. So, ein Stromhäuschen wäre geil. Stromhäuschen brauchen wir noch. Denn ich habe vorher an der Rampe, da soll ja noch links und rechts noch Lichter hin. Ne? Also, die ist noch nicht ganz fertig. Da muss noch einiges her. So, okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich lasse es jetzt erstmal, warte mal, ich mache erstmal die Wände noch fertig. Dann können wir nochmal ne Runde hier losziehen, ne? Dann haben wir ja hier genug gebaut für heute. Und dann ziehen wir nochmal los. So. Aber so eine Baufolge, ne? Ihr wisst es, ich hasse das ja, aber es muss ja auch, muss auch sein. Gehört auch mit dazu. Genau das für die Tür. Und dann noch das Dächtlein drauf. So, einmal. Und hier kann man sich eventuell auch überlegen, ob man im Nachhinein noch Fenster reinmacht. Die Zombies rennt, ist es auch, ist auch Nacht, ne? Also, du bist auch bei Nacht, äh, das klingt falsch, ähm, dem Server bei getreten. so. So, wunderbar. Ja, bei Nacht sind die Zombies deutlichst schneller. Okay, wir haben das hier soweit. Das ist soweit in Ordnung. Fenster überlege ich mir noch. Ähm, das kann was genauso, ja, also, da kennst du es ja schon. Da ist es ja nichts Neues. Gut, ihr Lieben. Das da, Lager am Start, das wird eingeräumt. Das Türmchen überlege ich mir noch, wie ich das bauen möchte. Die Felder müssen dann auf jeden Fall weg, beziehungsweise anderswohin gebaut werden. Vielleicht passen die ja dann, weil sie hinten so abgedichtet ist, hier hin. Ich hätte schon ganz gerne hier links und rechts die Türmchen dran. Was wir da hinten hin machen, weiß ich nicht. Das wäre so ein Todeseck. Keine Ahnung, ob man dann vielleicht sagen, okay, wir bauen hier das kleine Stromhäuse hin. Und, was wir hier machen, weiß ich nämlich. Vielleicht hier das Wohnhaus. Irgendwie. Mal gucken. Wir haben eine schöne kleine Basis. Das ist doch super. Okay. Gut, ihr Lieben, dann sage ich jetzt hier schon mal für diese Folge, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen den Cut, sehen uns gleich wieder und dann geht es weiter. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei werdet. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank.